Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute, inshallah und ta'ala, mit dem letzten der drei fundamentalen Grundlagen weitermachen. Wir waren stehen geblieben, wir haben zuvor die erste Grundlage besprochen, wer ist dein Herr, die zweite Grundlage besprochen, was ist deine Religion, und nun kommen wir zur dritten Grundlage, wer ist dein Prophet. Und wir haben angefangen und gesagt, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, geboren ist, wie alt er war, als er zum Nabi ernannt worden ist, wodurch er zum Nabi geworden ist, wodurch er zu einem Rasul geworden ist, wie viele Jahre er in Mekka verbracht hat, wie viele Jahre er nach der Auswanderung in Medina verbracht hat. Das war die Stelle, die wir stehen geblieben sind, und heute, inshallah und ta'ala, machen wir weiter mit dem Satz, die Auswanderung, die Hijra bedeutet, vom Land des Politeismus in das Land des Islam auszuwandern. Da machen wir inshallah und ta'ala weiter. Ich lese aber kurz den Abschnitt, Entschuldigung, den Abschnitt vor, machen wir weiter. Ich lese den Abschnitt erstmal vor, den wir uns heute vornehmen möchten. Zehn Jahre rief er, sallallahu alaihi wa sallam, zum Tauhid auf, und nach den zehn Jahren stieg er in den Himmel hinauf, wo ihm die fünf Pflichtgebete angeordnet wurden. Er betete in Mekka drei Jahre lang, und danach wurde ihm die Auswanderung nach Medina befohlen. Die Auswanderung bedeutet, vom Land des Politeismus in das Land des Islam auszuwandern, und die Auswanderung ist für die islamische Ummah vom Land des Politeismus in das Land des Islam verpflichtend. Und sie, die Auswanderung, wird immer bestehen, bis die Stunde eintrifft. Der Beweis ist die Auswanderung des Ahabren. Diese Ayah sind gemiss übersetzt, Surat An-Nisa, Surat Nummer 4, Vers 97 bis 99. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, zu jenen sagen sie, worin habt ihr euch befunden? Sie, die Engel, sagen, war Allahs Erde nicht weit, sodass ihr darauf hättet auswandern können. Jene aber, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Ausgenommen die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kinder, die keine Möglichkeit haben auszuwandern und auf dem Weg nicht rechtgeleitet sind. Jenen wird Allah vielleicht verzeihen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Und die Aussage des Ahabren, Ja, Ibadih, O meine Diener, O meine Diener, die er glaubt, Gewiss, meine Erde ist weit, So dient mir, Allein mir. Al-Baghawi, Rahimahullah, sagte, Herabgesandt wurde diese Ayah für die Muslime, die in Makkah lebten und nicht auswanderten. Allah rief diese im Namen des Glaubens. Und der Beweis für die Auswanderung aus der Sunna ist die Aussage des Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam, Die Hijra wird nicht aufhören, bis die Reue aufhört. Und die Reue wird nicht enden, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Und als er sich in Medina niederließ, Wurden ihm die restlichen islamischen Pflichten angeordnet, Wie die Spendenabgabe, Das Fasten, Die Hajj, Der Adhan, Der Dschihad, Das Gute zu gebieten, Und das Schlechte zu verbieten, Und weitere islamische Gesetze. Das ist der Abschnitt, den wir inshallah ta'ala heute uns vornehmen möchten. Wir wollen uns dabei helfen. Es heißt, Zehn Jahre rief der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Zum Tauhid auf. Und nach den zehn Jahren stieg er in den Himmel hinauf. Der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Hat eine sogenannte Himmelsfahrt gehabt. Und zwar nennt man das auf Arabisch Mi'raj. Und es war so, Dass der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Eines Tages bei der Kaaba schlief. Und da kam ein Engel zu ihm Und schlitzte ihm Den Bereich zwischen Brust und Bauch, Den ganzen Bereich von Brust bis zum Bauch auf, Nahm ihm sein Herz hinaus Und füllte es, Reinigte es und füllte es mit Weisheit und Iman Zum dritten Mal. Denn wir haben ja mitgekriegt, Aus das hier, dass es drei Mal stattgefunden hat. Und das war, beim dritten Mal, Der Sinn war, Eine Vorbereitung auf die Himmelsfahrt, Auf die Mi'raj, Wie Imam Ibn Hajar, Rahim Allah Ta'ala es gesagt hat. Danach, nach diesem Eingriff, Brachte man dem Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam, Ein Tier, Das kleiner als ein Maultier ist, Aber größer als ein Esel, Das man Burak nennt. Burak kommt vom arabischen Wort Barq, Und Barq ist der Blitz. Und offensichtlich soll hiermit die Geschwindigkeit, Ausgedrückt werden. Denn dieser Burak, Oder dieses Gefährt, Dieses Tier, Macht, Seine Schritte sind so groß, Wie sein Auge reicht. Das heißt, Also so weit, Wie sein Auge sehen kann, Das ist der Schritt, Den er macht. Das heißt, Er hat eine Geschwindigkeit, Die für uns unvorstellbar groß ist. Der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Reiste auf den Burak, In Begleitung, Mit dem Engel Jibril, Alayhi wa sallam, Von Mekka, Bis nach Jerusalem, Auf Arabisch Kudz. Und als der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Dort war, War er in der Moschee, In der gesegneten Moschee von Jerusalem, Al-Aqsa Moschee, Und leitete dort ein Gebet, Dessengleichen es niemals in der Geschichte gegeben hat, Und auch nicht mehr geben wird. Und zwar leitete der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Ein Gebet, Bei dem nur Nabi anwesend war. Und der Prophet, Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, War der Imam von ihnen, Denn er ist, Der Imam von ihnen, Wirklich gesehen, Und auch im übertragenen Sinne gesehen, Sallallahu alayhi wa sallam. Und so hat er dieses Gebet für sie geleitet. Und danach ist er, Sallallahu alayhi wa sallam, In den Himmel aufgestiegen. Und ihr wisst, Der Himmel besteht aus sieben Himmeln. Und jeder Himmel, Wird getrennt durch ein Tor. Und als der Prophet, Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, Zum ersten Tor kam mit Jibril, Fragte der Wächter des ersten Himmels, Wer ist da? Und er sagte, Jibril. Und dann fragte er ihn, Und wer ist mit dir? Er sagte, Muhammad. Daraufhin hat er ihm das Tor aufgemacht, Zum zweiten Himmel. Oder besser gesagt, Zum ersten Himmel. Und als erstes, Im ersten Himmel, Sallallahu alayhi wa sallam, Den Propheten Adam, Alayhi wa sallam, Dem Urvater, Dem Urvater der Menschheit, Dem allerersten Menschen, Den Allah, Subhanahu wa ta'ala, Mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen hat. Adam, Alayhi wa sallam, Sagte er, Immer wenn er zu seiner rechten Seite schaute, War er glücklich, Lachte, Und war zufrieden. Und wenn er zu seiner linken Seite schaute, Dann begann er zu weinen, Und war traurig. Und als der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Jibril darüber befragte, Da sagte er, Weil wenn er zur rechten Seite schaut, Dann sieht er diejenigen von seinen Nachkommen, Die glückselig sein werden. Und wenn er zu seiner linken Seite schaut, Dann sieht er von seinen Nachkommen, Und diejenigen, die unglückselig sein werden. Und das macht ihn traurig. Danach ist der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Zum zweiten Himmel hinauf gestiegen. Und er sah dort zwei Propheten, Und zwar Isa und Yahya. Zu deutsch Jesus und Johannes. Gottes Segen und Heil auf ihnen beiden. Und sie beide verbindet etwas Besonderes. Jeder von ihnen, Also erstmal, sie haben zeitgleich gelebt. Sie haben beide in der gleichen Epoche gelebt. Sie kannten sich. Und außerdem sind sie miteinander, Wie heißt es? Verwandt, kann man sagen. Denn jeder von ihnen hat die Tante mütterlicherseits, Wie heißt es? Entschuldigung, jeder von ihnen ist der Sohn der Tante mütterlicherseits. Das heißt also, Die Tante von Jesus, mütterlicherseits, hat einen Sohn, das ist Yahya. Und die Tante mütterlicherseits von Yahya hat einen Sohn, Also Maryam, sie hat einen Sohn, Und das ist Isa, a.s.w. Wie dem auch sei, Dann stiegen sie weiter hinauf in den dritten Himmel. Und im dritten Himmel sahen sie, Sahen sie den Propheten Yusuf, a.s.w. Dann stiegen sie zum vierten Himmel hinauf. Und da sagt er natürlich, Wie gesagt, wir kürzen ja sehr schnell ab, Aber dann sehr schnell sagt der Prophet, a.s.w., Dass ihm, wie gesagt, die Hälfte der Schönheit gegeben worden ist. Und dann stiegen sie auf in den vierten Himmel, Und dort sahen sie den Propheten Idris, a.s.w. Und dann stiegen sie in den fünften Himmel hinauf, Und dort sahen sie den Propheten Harun, Zu deutsch Aron. Und dann stiegen sie in den sechsten Himmel hinauf, Und dort sahen sie den Propheten Musa, a.s.w. Zu deutsch Moses. Und der Prophet, a.s.w. Er sagte, als ich an ihm vorbeigegangen bin, An Musa vorbeigegangen bin, Begann er zu weinen. Und es wurde gefragt, Was hat dich zum Weinen gebracht? Dann sagte Musa, a.s.w. O Herr, dieser Mann da, Und er meint damit, Muhammad, a.s.w. Dieser Mann da ist nach mir Erst entsandt worden, Und trotzdem Werden von seiner Anhängerschaft Mehr Leute eintreten ins Paradies, Als von meiner Anhängerschaft. Das heißt, die Ummah von Muhammad, a.s.w. Ist bei Allah wertvoller. Und mehr von ihnen werden das Paradies erreichen, Als von den Anhängern von Musa, a.s.w. Dann sagt der Prophet, a.s.w. Danach kamen wir zum siebten Himmel. Und er sah dort einen Mann, Er sah dort einen Mann, Und es war Ibrahim, a.s.w. Zu deutsch, Abraham. Der Prophet, a.s.w. begrüßte ihn. Und erwiderte den Gruß. Und der Prophet Ibrahim sagte, Herzlich Willkommen, Mein Sohn und Ein Prophet, Herzlich Willkommen, O Sohn und Prophet. Denn Muhammad, a.s.w. Wie wir gestern gelernt haben, Stammt ab von Ibrahim, a.s.w. Dann sagt der Prophet, Muhammad, a.s.w. Danach, daraufhin, Wurde mir das alterwürdige Oder das viel besuchte Haus vorgeführt, Wurde zu mir erhoben, Wurde mir gezeigt. Al-Bayt al-Ma'mur heißt das. Daraufhin fragte ich Jibril, Was das ist. Und er sagte, Das ist das viel besuchte Haus. Das heißt, Wie gesagt, es ist eine Kaaba. Der Himmelsbewohner. Genauso wie wir auf der Erde Eine Kaaba haben, Zu der wir beten, So haben die Leute im Himmel Ebenfalls eine Kaaba, Zu der sie sie beten. Und Jibril sagte, Das ist Al-Bayt al-Ma'mur, Bei dem jeden Tag 70.000 Engel beten. Sobald sie Den Gebetsplatz verlassen haben, Kehren sie nie wieder Zu ihm zurück. Das ist ein Hinweis auf die große Zahl. Weil wenn jeden Tag 70.000 Nie wieder zurückkommt, Das heißt, Jeden Tag sind es Andere 70.000 Engel, Die dieses Haus umkreisen, Dort beten. Dann sagt der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, Dann wurde ich Empor gehoben Zu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha Ist Der 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 Baum des Endziels. Sidr Baum ist ein bestimmter Baum. Also Auf Deutsch sagt man Sidzifus Baum. Wie dem auch sei, Es heißt Sidzifus Baum Des Endziels, Weil das ist Die Endstation Des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Gewesen. Das ist nicht nur Die Endstation Des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, Sondern die Endstation, Zu der Niemand Vordringt In der Nähe Allah Sallallahu alaihi wa sallam Außer unserem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Und er beschreibt Diesen Baum Ein riesiger Baum Dessen 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 einzelnen Blätter Vergleichbar War mit den Ohren von Elefanten Und Da sagt der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam Er Sah dann An seinem Ursprung Am Fuße dieses Baumes Zwei Wie heißt es Vier Flüsse Zwei Offensichtliche Und zwei Verborgene Und er fragte Jibril Was ist mit diesen Beiden Flüssen Er sagte Was die zwei Verborgenen Angeht So sind sie Im Paradies Und was die beiden Offensichtlichen Flüsse Angeht So ist es Der Nil Und der Euphrat Nil und Forat Auf Arabisch Er sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Daraufhin wurden mir Die 50 Gebete Auferlegt Daraufhin wurden mir 50 Gebete Auferlegt Dann kehrte ich zurück Bis ich wieder Bei Musa war Alaihi wa sallam Also im sechsten Hefe Am siebten Wieder zum sechsten Zurück Musa fragte Was hast du gemacht Er sagte Mir wurden 50 Gebete Auferlegt Daraufhin sagte Musa Ich kenne die Menschen Besser als du Ich habe es Mit den Kindern Israels Versucht Aber deine Ummah Wird es nicht schaffen Also weil seine Ummah Sagte Deine Ummah Wird es auch Nicht schaffen Kehre zurück Zu deinem Herrn Und frage ihn Daraufhin Kehrte er zurück Er fragte ihn Das heißt er bat Allah Um Erleichterung Daraufhin Wurde es von 50 auf 40 reduziert Und danach Noch einmal Das Ganze Das heißt er ging Wieder zu Musa Zurück Und er sagte Wieder zu ihm Es ist zu viel Dann wurde es Auf 30 Reduziert Dann wurde es Auf 20 Reduziert Dann wurde es Auf 10 Reduziert Dann ging er Zu Musa Und dann Sagte er Wieder das gleiche Das heißt Deine Ummah Wird nicht imstande Sein Diese Gebete Alle zu verrichten Und dann wurde es Auf 5 Gebete Reduziert Dann ging der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Wieder Bei Musa Vorbei Und er fragte ihn Was hast du gemacht Er sagte Es wurden 5 Gebete Mehr auferlegt Dann sagte er Wieder das gleiche Deine Ummah Wird es nicht schaffen Kehre wieder zurück Und er sagte Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Nicht in dieser Belieferung Aber wie in manchen Belieferung heißt Hat er dann angefangen Sich zu schämen Vor seinem Herrn Und deswegen ist er Nicht wieder Zu ihm zurückgekehrt Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala Ausgerufen Dass er Diese Pflichtgebete Den Menschen Auferlegt hat Und dass er Seinen Dienern Es leicht gemacht hat Und dass er Eine gute Tat Zehnfach Vergelt Diese Belieferung In Sahih Al-Bukhari Daraufhin Kehrte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Nach Makkah Zurück Und verrichtete Dort Sein Fajr-Gebet Und wir wissen Dass auch Jibril Zu ihm Runtergekommen ist Wie es in anderen Belieferungen heißt Und hat ihm Die Gebete Vorgebetet Bei der Kaaba Sodass er wusste Sallallahu alaihi wa sallam Erstens Wie man betet Und zweitens Zu welchen Zeiten Man dieses Gebet Zu verrichten hat All dies ist passiert In dieser Himmelsreise Und natürlich noch viel mehr Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Hat uns viel mehr darüber berichtet Aber wichtig ist Für das Herz Des gläubigen Menschen Dass er sagt Wenn der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Er sagt Dass er diese Nachtreise Und diese Nachtreise Israel Meint man damit Die Reise von Makkah Nach Jerusalem Und mit Mi'raj Meint man die Reise Von Jerusalem In den Himmel Wichtig für das Herz Des gläubigen Menschen Ist dass er Wenn er solche Dinge Hört Auch wenn sie Gewaltig klingen Dass er sagt Wenn Allah Und sein Gesandter Das gesagt haben Dann glaube ich Fest daran Und wir glauben Auch nicht so Wie manche Leute Geglaubt haben Dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Diese ganze Reise Nur in einem Traum Durchgemacht hat Wir glauben Dass er das Tatsächlich Durchgemacht hat Das heißt Mit Herz Und Seele Mit Körper Mit Leib Und Seele Und nicht eben nur Mit seiner Seele Sallallahu alaihi wa sallam Denn Das Wunder Ist erst Wirklich ein Wunder Wenn Er das Sallallahu alaihi wa sallam Mit Körper Und Seele Durchgemacht hat Der Autor sagt Er betete Er betete in Mekka Drei Jahre lang Und danach Wurde ihm Die Auswanderung Nach Medina Befohlen Natürlich Ein langes Nachtgebet Weil er Den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Gesagt hat Nisfahu Awinkus Minhu Qalilan Awzita Alayhi Das heißt Verrichtet das Nachtgebet Die halbe Nacht Durch Oder ein bisschen Weniger Oder Mehr Das heißt also Das muss Gewaltig gewesen sein Aber danach Wie gesagt Wurde das Abrogiert Und auch Ersetzt durch Die Pflicht Der fünf Gebete Tain Drei Jahre lang Das heißt Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ist dann Nach drei Jahren Und zwar Im In welchem Jahr Der Hijra Ist er ausgewandert Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Im nullten Jahr Der Hijra Okay Weil wir haben vor Wir müssen mit Minuszahlen Rechnen Das heißt Im nullten Jahr Der Hijra Aber im Monat Rabi' al-Awwal Im Monat Rabi' al-Awwal Ist er Nach Mecca Ausgewandert Und warum Ist er ausgewandert Weil er In seiner Da'wah Gehindert worden ist Weil er Nichts anderes gemacht hat Als La ilaha illallah Zu la ilaha illallah Aufzurufen Und auch das war Für die Menschen Schon zu viel Und sie haben Die Gläubigen Gequält Nur weil sie Muslime waren Und deswegen Der gläubige Mensch Errettet sich Mit seiner Religion Und verzichtet Auf einen Teil Seines Hab und Gutes Oder auf sein Gesamtes Hab und Gut Zugunsten der Religion Denn die Religion Ist das was Ihn nutzen wird Im Jenseits Aber sein Haus Und sein Essen Und Trinken Wird ihm Im Jenseits Nichts mehr bringen Der Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam Wanderte als Einer der Letzten aus Mit Abu Bakr Sadiq Radiallahu ta'ala Anhu Mit seinem engsten Vertrauten Engsten Freund Abu Bakr Radiallahu anhu Und er Sie sind erst einmal Nicht Sie sind natürlich Nicht auf dem Bekannten Weg Von Makka Nach Medina Ausgewandert Sondern sie haben Sich einen Wegweiser Engagiert Einen Wegweiser Bezahlt Dass er ihnen Den Weg weist Wie sie Am besten Nach Medina Kommen Ohne dass die Horechiten Wenn sie davon Mitbekommen Wissen Durch welchen Weg Er nach Medina Gelangt ist Oder gerade Auf dem Weg ist Und wir kennen Die Geschichte Dass er Sallallahu Alayhi wa sallam Dann in der Höhle Des Berges Al Thawr Verbracht hat Und zwar drei Tage Lang hat er dann Dort die Zeit Verbracht In einer Überlieferung Sahil Bukhari Heißt es Er Verbrachte dann Drei Nächte In dieser Höhle Und bei ihnen Beiden War Abdullah Der Sohn Von Abu Bakr Er war ein Junger Knabe Er ist immer Morgens Frühmorgens Bisher gesagt Zur Sahar Zeit Am Ende der Nacht Ist er zu den Horechiten Nach Mecca Zurückgegangen Und blieb dort Damit Also er hat immer Die Was ist Den Tag Verbracht Oder die Nacht Verbracht Beim Propheten Sallallahu Alayhi wa sallam Und bei Abu Bakr Und dann ist er In den frühen Morgenstunden Zurück nach Mecca gegangen Dass es nicht auffiel Dass er weg war Und dadurch Könnte er Möge Allah Mit ihm Zufrieden Sein Immer Hören Was Gesagt Wird Die Nachrichten Zum Propheten Sallallahu Sallallahu Er wusste Gehen sie Schon hinterher In welche Richtung Gehen sie Und so weiter Und so fort Abu Bakr Möge Allah Mit ihm Zufrieden Sein Hatte Insgesamt Sechs Kinder Und sie Alle Möge Allah Mit ihm Zufrieden Sein Die alle Haben den Islam Alhamdulillah Angenommen Aber diese Sechs Kinder Waren nicht Von der einen Und derselben Frau Sondern von Verschiedenen Frauen Denn er hatte Insgesamt Vier Frauen Gehabt Möge Allah Mit ihm Zufrieden Sein Er hatte Abdullah und Asma Von seiner Frau Namens Qatila Und er hatte Abdurrahman Und Aisha Von seiner Frau Namens Umm Ruman Und Umm Kulthum Hatte er Von seiner Frau Namens Habiba Und Mohammed Hatte er Von seiner Frau Namens Asma Die Tochter Von Umays Die Ansar Haben nach einer gewissen Zeit mitbekommen Dass der Prophet Sallallahu Alayhi Sallam Begonnen Hat Auszuwandern Denn Logischerweise Die Nachricht Hat sich Früher Erreicht Weil er Hat ja Nicht Den Schnellsten Weg Genommen Nach Medina Sondern Hat ja Wie gesagt Ein Umweg Genommen Als Als die Ansar Davon Gehört Haben Sind Sie Jeden Tag Vor Lauter Freude Und Hoffnung Auf Die Begegnung Mit dem Gesandten Allah Sallallahu Denn Manche Von Ihnen Hatten ihn Schon Getroffen Wir Wissen Bei der Hajj Bei diesen Zwei Berühmten Spuren Ba'at Al-Aqaba Aber Die Meisten Natürlich In Medina Die Als Der Prophet Kam Waren Ja Schon Islam War Schon Jedem Haus Und Als Aber Sie Haben Den Propheten Selbst Noch Nicht Gesehen Und Kannten Ihn Noch Nicht Als Die Ansar Erfuhren Wie gesagt Sind Sie Jeden Morgen Hinaus Gegangen Und Bis Zur Mittags Zeit Haben Sie Gewartet In Al-Harra Al-Harra Ist Eine Gegend In Medina Außerhalb Der Stadt Die Stadt Medina Wird Umzäunt Wie man Weiß Von Zwei Großen Harra Zwei Großen Schwarzen Gesteinsgebieten Offensichtlich Lava Gebiete Und Sie Sind Da Wie gesagt Geblieben Bis zur Mittagszeit Und Dann Sind Sie Wieder Zurück Nach Hause Gekehrt Weil Mittags Ist Dort Sehr Heiß Und Es Reicht Auch Dann Nach dem Halben Tag Wie dem Auch Sei Eines Tages Als der Prophet Sallallahu Alayhi Sallam Dann Kam Waren Die Ansar Schon Wieder Zu Ihren Häusern Zurück Gangen Und Nur Ein Jude War Dort zum Feind genommen. Und so wurden sie ebenfalls die Feinde Allahs. Und so ist der Prophet ausgewandert. Und da wir jetzt gerade im Punkt der Auswanderung sind, auf Arabisch Hijra, erwähnt der Autor den Begriff der Hijra. Und er sagt, Hijra bedeutet, dass man vom Land des Schirk in das Land des Islam auswandert. Erstmal Definition, dann redet er vom Urteil über die Hijra. Er sagt erstmal, es bedeutet, vom Land des Schirk zum Land des Islam auszuwandern. Was versteht man unter dem Land des Islam? Und was versteht man unter dem Land des Schirk? Das eine ist das Gegenteil vom anderen. Unter dem Land des Islam versteht man, und das ist die Definition von mehreren Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihnen barmherzig sein. Man versteht darunter ein Land, in dem das islamische Gesetz, die islamische Scharia, in der Regel im Vordergrund steht. In der Regel im Vordergrund steht. das heißt also, nicht immer, sondern normalerweise, in der Regel. Denn es gibt kein, das perfekte Land, das gibt es nicht. Was sind Hinweise darauf? Hinweise darauf sind Sachen wie der Adhan, der Hijab, das Gemeinschaftsgebet, die Freitagsgebete, zu denen ausgerufen wird, die Eidgebete, und all diese Sachen. Das sind einzelne Sha'air, man auf Arabisch sagt, das heißt, Kulthandlungen oder Anzeichen, an denen man die Anwesenheit einer muslimischen Gesellschaft erkennt. Das ist so viel zur Definition. Und das Gegenteil davon ist ein Land des Schirk oder Kufr. Dann sagt der Autor rahimahallahu ta'ala, das war die Definition, sagt über die, über den Hukum, das heißt, über das gesetzliche Urteil, die Auswanderung ist für die islamische Ummah vom Land des Schirk in das Land des Islam verpflichtend. Das heißt Wajib. Und die Einschränkung müssen wir allerdings machen, wie die meisten Gelehrten gesagt haben. Also kann sein, der Autor meint das so uneingeschränkt, aber die meisten Gelehrten sagen, diese Pflicht der Auswanderung hängt von der Möglichkeit der Religionsausübung ab. Pflicht der Auswanderung hängt von der Möglichkeit der Religionsausübung ab. Und dafür gibt es einige Beweise, unter anderem, dass die Freunde des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sie haben ja in Mekka gewohnt. Und wann wurde ihnen dann die Auswanderung auferlegt? Naja, als es eben zu eng wurde. Als es eben für sie darum ging, entweder die islamische Religion oder Dunja. Entweder entscheidest ich für Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten oder du wirst dem Schirk verfallen und vielleicht rückfällig werden, wie manche rückfällig geworden sind. Und deswegen ist es hier eine sehr wichtige Sache, die Möglichkeit der Religionsausübung, das ist eine individuelle Sache. Die eine Person sagt, ich kann, die andere Person sagt, ich kann nicht. Die eine Person sagt, ich bin imstande, meine Gebete zu verrichten. Die andere Person sagt, ich kann meine Gebete nicht verrichten. Ich schäme mich, bei meinem Arbeitgeber zu beten. Ich schäme mich, wie heißt es, zu fasten vor anderen Leuten oder was weiß ich. Dann in diesem Fall sagen wir ihm, Bruder, du musst dafür sorgen, dass du deine Pflichten ausüben kannst. Wenn nicht, dann sagt Allah dir, inna ardi wasiatun fa'iyya ya fa'budun. Das heißt also, meine Erde ist groß und weit. Das heißt, du musst nicht an diesem Fleck bleiben, wo du bist, geh woanders hin, wo du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kannst. Es gibt verschiedene Hadithe diesbezüglich, weil wir gerade bei dem Begriff der Hijra sind. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Hijra verpflichtend ist, auch wenn man dazu imstande ist, seine Religion auszuüben. Und sie stützen sich auf bestimmte Überlieferungen, wie zum Beispiel die folgende. Und zwar sagte Jarir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhum, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sandte eine Kompanie zum Stamm Khaf'am. Manche Leute von ihnen suchten Schutz in der Niederwerfung und da wurden sie auf der Stelle getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erfuhr davon und sprach ihnen die Hälfte des Blutgeldes zu und sagte, ich sage mich von jedem Muslim los, der unter den Götzendienern lebt. Sie sagten, oh Gesandte Allahs, warum? Er sagte, ihre beiden Feuer dürfen sich nicht sehen. Dieser Hadith ist beriefet bei Abu Dawood und bei At-Tirmidhi. Dieser Hadith wurde von manchen Gelehrten als authentisch eingestuft, wie zum Beispiel von Sheikh al-Bani rahimahullah ta'ala, außer dem Satz mit der Erwähnung des Blutgeldes. Diesen Teil sagte, nicht authentisch ist. Aber unabhängig davon, so haben auch in der heutigen Zeit manche seiner Schüler diesen Hadith als da'if eingestuft. Und auch von den früheren Gelehrten, was Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sagte, Hadith ist mursal, also da'if. Und auch Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte, dass dieser Hadith richtigerweise mursal ist und nicht musnet. Das heißt, er weist eine Lücke auf, die Grund dafür ist, den Hadith für unauthentisch einzustufen. Was wie gesagt nicht ausschließt, dass der gläubige Mensch, wenn er seine Religion nicht ausüben kann, das ist was anderes. Diesen Fall, den haben wir schon vorher geklärt. Aber es geht darum, dass wenn man einen Hadith erwähnt, gerade bei solchen Angelegenheiten, dann sollte er deutlich sein und authentisch sein, damit man davon eine Bestimmung auch ableiten kann. Also ich kann nur von einem authentischen Hadith eine Bestimmung ableiten und nicht von einem unauthentischen Hadith eine Bestimmung ableiten. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Hadith authentisch ist, so bedeutet der Hadith eigentlich, wenn man ihn verinnerlicht, etwas ganz anderes. Und das ist der Fehler, den manche Leute machen, dass sie nur diesen Satz zitieren des Propheten Sallallahu Aleyhi Sallam, ich spreche mich los oder sage mich los von jedem Muslim, der unter Götzendienern lebt. Und sie erwähnen nicht, was vorher erwähnt ist im Hadith. Und im Hadith ist ganz klar, dass der Prophet Sallallahu Aleyhi Sallam eine Kompanie schickte. Eine Kompanie ist ein Teil einer Armee. Er schickte sie im Dschihad gegen den Stamm Chatham. Und im Stamm Chatham waren Leute, die den Islam angenommen hatten, die aber nicht ausgewandert sind. Das heißt, sie wurden sozusagen bekämpft von dieser Kompanie, weil die Leute wussten, konnten ja schlecht wissen, ob das Muslime sind oder ob das Götzendiener sind. Das kann man ihnen ja nicht an Stirn ablesen. Und weil sie eben nicht weggegangen sind, obwohl sie dazu aufgefordert waren, wegzugehen, denn der Prophet Sallallahu alaihi Sallam hat niemals einen Stamm angegriffen, ohne sie vorher zum Islam einzuladen und sie vorher zu warnen. So, und als dann der Krieg stattgefunden hat, sind eben viele von ihnen gefallen. Sie sind zu Unrecht, was heißt zu Unrecht, sie sind gefallen und da hat der Prophet Sallallahu Sallam gesagt, ich spreche mich los von jedem Muslim, der unter den Götzen lebt, das heißt nicht vom Muslim selbst, sondern von seinem Blutgeld, denn der Teil, wie der Schech sagt, ist ja unauthentisch. Das heißt, der Prophet Sallallahu hat sich geweigert, das Blutgeld zu bezahlen. Blutgeld ist das Geld, was man bezahlt, wenn jemand versehentlich getötet worden ist oder auch absichtlich getötet worden ist und die Verwandten entscheiden sich für das Blutgeld als Entschädigung, wie eine Art Entschädigungszahn. Und der Prophet Sallallahu sah eben nicht ein, warum soll er Blutgeld zahlen für Leute, die selbst daran schuld sind, dass sie dort geblieben sind. Das ist wie gesagt zu diesem Hadith, der wie gesagt richtigerweise Mursal ist. Es gibt andere Hadithe, die deutlich darauf hinweisen, dass es um die Religionsausübung geht. So sei es zum Beispiel in einer Überlieferung, die in Sahih Al-Bukhari ist und auch in Sahih Muslim ist, bei Nasa'i und bei Abu Dawud. So sagte Abu Sa'id Al-Khudri r.a. dass ein Bedwiner den Propheten sallallahu a.s. über die Hijra fragte. Da sagte er Die Auswandlung ist keine leichte Sache. Hast du Kamele? Er sagte Ja. Dann sagte er Entrichtest du dafür deine Zakah? Er sagte Ja. Er sagte Dann setze die von Allah auferlegten Pflichten abseits der Städte um, denn wahrlich Allah wird nichts von deinen Taten außer Acht lassen. Dann setze die von Allah auferlegten Pflichten abseits der Städte um, das heißt da wo du bist, das heißt du musst nicht unbedingt zu mir kommen nach Medina, sondern bleib da wo du bist setze die Pflichten um die Allah dir auferlegt hat, denn Allah wird wahrlich nichts von deinen Taten außer Acht das wird dich dafür belohnen. Und wenn es verpflichtend wäre für ihn nach Medina auszuhören hätte der Prophetin gesagt sagt, du musst kommen. Ebenso gibt es eine andere Überlieferung ebenfalls in Sahih al-Bukhari so sagte Malik ibn al-Huwayri radiallahu ta'ala anhu wir kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir waren etwa alle gleichaltrige Jugendliche wir blieben bei ihm 20 Tage und der Prophet hatte dann das Gefühl dass wir uns nach unserer Familie sehnen und er fragte uns was habt ihr denn an Familien Angehörigen zu Hause zurückgelassen wie er fragt hast du Familie hast du Eltern hast du Kinder hast du Verwandte und wie geht es ihnen und so weiter und so fort und er sagt und der Prophet sallallahu sallallahu wasallam war weichherzig und er war barmherzig weil man erkennt an der Aussage natürlich ob die Person sich sehnt nach offen sagte der Prophet sallallahu sallallahu sallam das heißt kehrt zurück zu euren Familien bringt ihnen die Religion bei und ordnet ihnen das Gute an und betet so wie ihr mich habt beten sehen und sobald das Gebet sobald die Gebetszeit eintrifft so soll jemand von euch den Gebetsruf ausrufen und der Älteste von euch soll euch vorbeten in einer anderen Überlieferung sagte Bureyda radiallahu ta'al anhu er beschreibt wie der Prophet sallallahu sallam jemanden immer unterrichtete wenn er jemanden als Führer einer Armee einsetzte der Hadith ist ein bisschen länger aber der entscheidende Ausnahme aus dem Hadith ist wenn sie sich weigern das heißt wenn sie sich weigern auszuwandern wenn sie sich weigern und ihre eigenen Wohnstädte wählen das heißt sie möchten da bleiben wo sie wohnen so teile ihnen mit dass sie so wie die muslimischen Beduinen behandelt werden Allahs Gesetz das auf die Gläubigen angewandt wird wird auch auf sie angewandt aber sie erhalten weder einen Anteil an der kampflos errungenen Beute noch an der Kriegsbeute es sei denn sie vollziehen den Jihad mit den Muslimen zusammen dieser Hadith ist in Sunan Abu Dawud überliefert und das weist auch daraufhin dass der Prophet also nicht jedem gesagt hat dass er unbedingt auswandern muss und trotzdem sagen wir es besteht kein Zweifel dass es für einen Muslim besser ist wenn er unter Muslimen lebt und jeder von uns weiß dass die Fitna in muslimischen Ländern auch wenn dort die islamischen Gesetze keine nicht die Oberhand haben so ist die Bevölkerung muslimisch und so ist das kleinere Übel immer noch dort wir wissen dass in unseren muslimischen Ländern die islamische Sharia nur eine sehr unbedeutende Rolle spielt und trotzdem ist die Fitna die ein Mensch dort ausgesetzt wird viel geringer weil die Menschen dort Muslime sind und sich an den Islam mehr oder weniger halten aber eben ist es kein Vergleich zu dem was in nichtmuslimischen Ländern der Fall ist deswegen ist auf jeden Fall empfohlen für jeden Muslim dass er versucht unter Muslimen zu leben dadurch wird sein Iman stärker und jeder weiß das allein schon wenn er Urlaub machen geht in seine Heimat wenn es eine muslimische Heimat ist dann weiß er natürlich dass das richtig ist die die Autor erwähnte er sagte die Auswanderung wird immer da sein das heißt sie wird immer gesetzlich bleiben bis die Stunde eintrifft und er erwähnte dazu natürlich ein paar Beweise zu den Aussagen was er gemacht hat einmal die Ayah im Koran Karim wo es heißt die jenigen die die Engel abberufen während sie selbst Unrecht tun zu jene wird gesagt werden worin befandet ihr euch sie sagen war Allahs Erde natürlich da fehlt ein Teil wir waren unterdrückte im Lande dieser Teil habe ich vergessen vorzulesen worin befandet ihr euch das heißt es geht hier um Menschen die sich Unrecht tun wie tun sie sich Unrecht indem sie Haram begehen wer hat ihnen aufeiligt Haram zu begehen die Leute die Gesellschaft in der sie gelebt haben die Engel fragen ihn habt ihr keine Möglichkeit gehabt woanders hinzugehen war Allahs Erde nicht sie haben sich entschuldigt sie haben gesagt unterdrückte aber gab es keine Möglichkeit für euch war Allahs Erde nicht weit sodass ihr hättet darauf auswandern können und darauf bekommen die Engel keine Antwort mehr weil es auf keine Antwort gibt und deswegen sagt Allah jene aber ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein und wie böse ist der Ausgang ausgenommen sind die Unterdrückten unter den Männern und Frauen und Kindern die keine Möglichkeit haben auszuwandern wie Abdullah bin Abbas und seine Mutter und auf dem Weg nicht recht geleitet sind jene wird Allah vielleicht verzeihen oder anders übersetzt jene wird Allah bestimmt verzeihen Allah ist allverzeihend und allvergebend und hier zeigt sich auch dass die von Allah auf erlegten Pflichten immer im Zusammenhang stehen mit dem was den Menschen möglich ist die andere Ayah O meine Diener die ihr glaubt das heißt wenn ihr gläubige Menschen seid so meine Erde ist weit das heißt du musst nicht dort bleiben wo du bist wenn du sagst unterdrückt dann geh woanders hin so dient mir ja allein mir Surat Al-Ankaboud Surat 29 und Vers 56 und dann sagt der Autor Al-Baghawi ist einer der berühmten Tafsir gelehrten er sagte herabgesandt wurde dieser Vers für die Muslime die in Makkah lebten und nicht auswanderten Allah rief diese im Namen des Glaubens diese Aussage habe ich versucht zu finden im Tafsir von Barawi wie auch manche die diesen Text ausgelegt haben aber der habe ich nicht finden können wo sie herkommt aber Tatsache ist dass der Inhalt stimmt natürlich also Inhalt im Sinne von dass es hier um Leute geht die nicht ausgewandert sind und dass sie aufgefordert sind zum auswandern und dass es ein Zeichen von Iman ist auszuwandern sonst hätte Allah sie nicht als gläubige Menschen angesprochen und als letzten Beweis erwähnt der Autor möge Allah mit ihm zufrieden sein ein Hadith des Propheten die Hijra wird nicht aufhören bis die Reue aufhört das heißt also die Hijra ist islamisch ist gesetzlich bis Jawm Al-Qiyama das heißt wir haben hier zwei Hadithe wir haben einen Hadith der sagt die Hijra wird nicht aufhören und wir haben einen anderen Hadith der besagt nach der Befreiung Makkas gibt es keine Hijra mehr wie können wir diese beiden Hadithe verbinden gemeint ist mit dem Hadith nach der Befreiung Makkas gibt es keine Hijra mehr gemeint ist eine Hijra von Makka nach Medina warum weil Makka ist jetzt befreit heute braucht der Mekkaner nicht mehr nach Medina aus kann Makka bleiben aber welche Hijra wird nicht aufhören erstens die wirkliche Hijra im Sinne von dass ein Mensch der seine Religion nicht ausübt dorthin gehen nicht ausüben kann aufgrund von Unterdrückung dorthin gehen muss was sie ausüben kann und zweitens die Hijra im übertragenen Sinne denn der Prophet sagte Hijra bedeutet das heißt dass du dem aus dem Weg gehst was Allah verboten hat denn Hijra kommt vom Wort Hijra und Hijra heißt eine Sache verlassen im Stich lassen eine Sache aus dem Weg gehen und darum geht es auch ursprünglich du willst der Unterdrückung aus dem Weg gehen der Sünde aus dem Weg gehen und gehst vom einen Land ins andere Land und der Prophet sagte die Hijra wird nicht aufhören bis die Reue aufhört die Taube das heißt bis die Taube nicht mehr angenommen wird und wann wird die Taube nicht mehr angenommen er sagt die Taube wird nicht mehr angenommen sobald die Sonne vom Westen aufgeht eines der großen Zeichen Allah für den für das Ende der Welt für den Weltuntergang ist dass die Sonne eines Tages nicht wie sie täglich im Osten aufgeht sondern sie wird eines Tages im Westen aufgehen und das ist die Zeit an der Allah dann die Reue keines Menschen mehr annehmen wird wie Allah im Koran sagte und der Prophet in der Autor sagte und als er sich in Medina niederließ wurden ihm die restlichen islamischen Pflichten angeordnet wie die Spenden Abgabe wie das Fasten als Sakah Siyam die Hajj der Adhan der Jihad das gute gebeten das schlechte verbeten und viele andere islamische Gesetze dieser Satz wenn wir ihn detailliert betrachten wollen kann es sein dass man bei der einen oder anderen Sache anders formulieren müsste aber wenn man allgemein darunter verstehen soll dass die detaillierten Pflichten Allah und die meisten Gesetze aus der Schariah erst nach der Auswanderung abgesandt worden sind das stimmt aber wenn wir detailliert reinschauen so gibt es manche Gelehrte die sagen dass die Sakah auch schon in der mechanischen Periode teilweise verpflichtet war weil Allah sagt in Surat Al-An'am das heißt er fordert uns die Eier auf die Sakah von den Ernteerträgen zu bezahlen und die Sakah ist eine mechanische und das ist ein Beweis für die Sakah deswegen sagen manche Gelehrte dass die Sakah in Mekka schon grundsätzlich Pflicht geworden ist aber erst in Medina sind dann die detaillierten Bestimmungen bezüglich der Sakah abgesandt worden ab wie viel Gramm Gold man bezahlen muss und so weiter und so fort weil die detaillierten Sachen die wir wissen wurde das Fasten erst im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht und ebenfalls auch die Zakah erst im zweiten Jahr nach der Hijra Wallahu ta'ala a'alam wa sallallahu wasallam wa barak ala rebeena muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam metas vi